Hallo meine Wundervollen! Heute ist Tag 3 von meinen frischen Dreads. Ich habe Extensions reingemacht und ich habe mich dabei gefilmt. Ja, das könnt ihr euch jetzt angucken. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist der momentane Stand meiner Dreads und meiner Extensions. Der Perfektionist in mir sagt so, ja, das kannst du doch nicht machen und wie sieht das denn aus und keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn die sich erstmal ein bisschen gelegt haben, dann wird es auch ein bisschen besser aussehen. Dieser eine hier vorne, der tut so ein bisschen weh und ist ein bisschen zu dick. Also, wenn es zwei wären, dann wäre einer hier weiter über dem Ohr und der andere hier weiter oben. Weil auf der anderen Seite ist das so und da tut das auch nicht weh. Der über dem Ohr tut halt nicht weh, der ist schön dünn. Und dann kommt noch einer da drüber. Und eigentlich, ich glaube, das hier müssten eigentlich auch zwei sein. Na, mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch so. Also, ich bin auf jeden Fall happy mit den Dreads. So an sich bin ich happy mit den Dreads. Dreads und ich, wir mögen uns sehr. Und, ja, das ist der momentane Stand. Was meint ihr? Sehe ich jetzt richtig scheiße aus? Werdet ihr mich deabonnieren, weil ich jetzt Dreads habe? Als ich jetzt die Extensions selbst reingemacht habe, habe ich Serien geguckt. Und zwar habe ich einmal Lucifer geguckt, die komplette erste Staffel durch. Kann ich sehr empfehlen. Wer wie ich auf Kriminalserien steht, in denen Dinge nicht ganz so normal sind, dann wird dem Lucifer gefallen. Also, es ist halt der Teufel, der auf die Erde kommt. Und dann hilft er der Frau da bei der Polizei, die Fälle zu lösen. Und dann, was habe ich noch geguckt? Blindspot. Blindspot kann ich auch sehr empfehlen. Da geht es um eine voll tätowierte Frau. Die hat, die ist halt von oben mit von Kopf bis Fuß tätowiert. Und die Tattoos haben eine Bedeutung. Und wenn die Polizei den Tattoos folgt, dann passiert immer irgendwas. So wie so ein Rätsel, die Tattoos auf der Frau ihrer Haut sind Rätsel. Ja, diese Serien habe ich geguckt, während ich die Dreads gemacht habe. So, das war jetzt auch ein bisschen Besonderes, mit dem, dass so viele Videos hintereinander kamen. Ab jetzt wieder regelmäßig am Montag, ne? Und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir Sonne im Herzen. Tschüss. Musik